RIA 2016 Yeah! Was für ein geiles Intro! Tag 33 RIA 2016 und man darf mich mittlerweile wieder schlanky nennen. Ich wollte es nochmal eben ganz kurz erwähnen. Was war heute los? Was ging heute ab? Frühsport war ich heute wieder einer der ersten, also der 7 Uhr Sportler und Schwitzer. Das war eine wunderschöne Sache. Danach habe ich lecker gefrühstückt, das war auch noch sehr okay. Bemüht wenig, aber so viel, dass ich auch zufrieden und satt bin. Ich esse immer wieder dieses lecker Müsli mit Rosinen und überhaupt eine ganz super geile Sache auf jeden Fall. Danach wurde es eher ein bisschen dramatisch. Ich habe Nachricht bekommen von meinem Brüderchen aus der Heimat. Das läuft gerade einiges, gerade überhaupt nicht ganz so toll. Habe dann auch eine ganze Weile noch mit ihm gesprochen am Telefon, will aber dazu gar nicht weiter näher eingehen. Das ist einfach zu privat und hat hier im öffentlichen Tagebuch erst einmal aus meiner Sicht nichts zu suchen. Gruppentherapie bin ich dann entsprechend ein bisschen später, aber entschuldigt, später gekommen. Und da waren wieder einige Neue, die wollten wissen, warum so viele so relativ schlecht über die Reha sprechen und unzufrieden sind. Das ist auch ein Stück weit aufgeklärt worden. Einige sind nicht zufrieden mit der physischen Behandlung, psychotechnisch ganz okay, aber der Einklang zwischen physisch und psychisch ist nicht ganz so passend. Und finden zumindest einige hier, die Therapeutin hat es auch ein Stück weit noch erläutert, dass natürlich der Ansatz der ist, nicht die Symptome letztendlich zu lindern, sondern natürlich die Ursachen für die Symptome. Und das halte ich jetzt auch nicht für ganz unschlüssig. Das war das eine. Nebenbei läuft hier ganz einfach mal, weil schon seit Tagen wieder Pisswetter ist. Ein bisschen ein schönes Video noch aus dem Wald, aus besseren Tagen. Aber damit es auch nicht ganz so zäh und langweilig wird, bei einem will ich mich sowieso, ist ganz klar. So, dann hatten wir das. Dann haben wir als anderes Thema noch gehabt, wie umgehen mit Freunden, wenn ein Freund herunterziehen, wie mit ihnen umgehen, wenn man das Gefühl hat, sie würden permanent nur jammern oder wenn man selber ganz oft jammert, wie man Freundschaften pflegt, so dass man miteinander schon ehrlich ist und seine Befindlichkeiten teilt, aber auch ein bisschen nicht dahin geht, dass sich zwei Freunde beispielsweise gegenseitig sind, weil die stundenlang nur runterziehen, sondern auch ein bisschen nach oben ziehen. Und da haben wir recht verschiedene Ansichten gehabt. Alles in allem kamen wir aber zu der Einsicht, dass es kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern man muss immer schauen, einen guten Mittelweg zu finden. Ich selber habe die Erfahrung mit bestem Freund zum Beispiel, dass man durch viel schwarzem Humor der Sache auch ganz schön hinterher sein kann und dass es auch immer gut ist, wenn der andere entsprechend sensibel ist, auch zwischen den Zeilen mit unterzulesen, wie es einem eigentlich geht. Okay, das war das an dieser Stelle. Im Anschluss gibt es heute, ich will es einfach mal ganz kurz erwähnen, das hier. Das Video durchs Haus Teil 2. Das wollte ich nur schon mal eben ganz kurz erzählen. Nach der Gubbentherapie und einem kurzen Post hier für mich, ging es ab in die Schwimmerle. Und gerade wieder zurück von der Wassergymnastik. Juhu, war direkt anstrengend, war fast ein bisschen wie Fitness, aber es war schön. Und jetzt geht es zum Mittagessen. Weiter geht es mit dem Tackaboo. Super, Dankeschön Sven, schöne Sache, direkt mal oben ohne, schlanky, er ist fett. So, anschließend ging es zum Mittagessen. Rindergulasch war heute angesagt. Wo ist eigentlich meine Kaffeetasse? Na, macht nichts, geht doch mal ganz gut ohne. Danach habe ich mir fest vorgenommen und das auch ein Stück weit vorher schon verabredet, mich mit meiner Schwägerin zu unterhalten. Ja, sehr klar, Probleme mit Brüderchen überhaupt und die ganze Geschichte zu Hause, ein bisschen vertrackst und verzwickt. Und wir haben eine Dreiviertelstunde lang geschwätzt, geredet. Hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Aber auch das bleibt im Großen und Ganzen erst einmal hier im Verborgenen, im Extrem Privaten dieser Bereich. Nach dem Mittagessen, wie gesagt, das Gespräch, dann ging es nicht zum Schlafen, sondern zur medizinischen Trainingstherapie, wo es mir heute gelungen ist, die eine oder andere Sache zu steigern, mehr Übungen und mehr Wiederholungen zu machen und zu schaffen. Und ich bin doch ganz stolz. Hab da also schon wieder Energie verbrannt heute. Eine schöne Sache. Anschließend, kurzes Schnippeln mal wieder am Video. Ich bereite schon die Jingles vor für die letzte Woche, um abschließend nochmal die ganzen einzelnen Abteilungen hier im Haus zu bewerten. Aus meiner natürlich sehr subjektiven Sicht. Im Nachgang, solange es noch hell war. Und obwohl es gepisst hat, bin ich dann zum Supermarkt gegangen, habe mir drei Milch geholt, damit ich die Kaffee nicht auch mit gar so viel Kaffee trinken kann. Ich mag es nach wie vor unwahrscheinlich sehr, wenn ein Drittel Kaffee und zwei Drittel Milch drin sind. Ein bisschen Sündenzeug habe ich mir auch noch geholt. Lecker Waffeln. Und dann ging es kurz zur Volksbank. Hätte es sein können, dass doch schon eventuell Geld da ist. Ich will gar nicht weiter jammern. Ich habe auch gerade die Tage nicht gezählt, wie lange ich schon ohne Nieten hier sitze. Natürlich war erst mal nichts auf dem Konto. Jetzt geht es hier zurück. Nachher geht es zum Abendessen. Und heute Abend Schwimmhalle oder Tischtennis oder sogar beides. Ich bin fertig mit dem Tag 33. Und jetzt geht es hier die Kamm durchs Haus Teil 2. Ich bin fertig mit dem Tag 34. 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 Ich bin fertig mit dem Tag 34.